Musik Das ist eigentlich ein recht schöner Bezirk, der 10. Bezirk. Das ist mein Kreuzlag, wo ich auch muss. Musik Ich koche hätte ich werden wollen, Kibora hätte ich auch werden wollen, Friseur bin ich dann wollen. Musik Also Fernsehen ist glatte Lüge, würde ich mal sagen, nicht? Grüß Gott! Das ist morgen mein Hoka, ein Ehrlichen Bein. Guten Morgen! Gott, das findet ihr jetzt wirklich Rissen. Was ist denn eine meiner besten Fragen? Ja. Ich hab nur Freunde zu mir kommen, weil Kunden verflüchtigen sind. Aber in meinem Beruf habe ich keine Vorbilder. Also im Hobby ja, mit der Musik schon. Aber im Beruf bin ich der Beste. Da gibt es keinen anderen. Musik 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 Da spiele ich selber Teufelsgeiger oder Harmoniker, da haben wir Auftritte auch mit den Laxburger Teufelsgeiger, das ist immer recht interessant und ein Berufsausgleich sozusagen, ja. Ich habe einen Zustand am Schädel, das ist keine Frisur. Nein, mir gefällt es eigentlich ganz gut, meiner Freundin gefällt es auch und die anderen haben nichts zu reden. Das soll sich wohlfühlen, in der Wirtsa soll sich auch wohlfühlen. Ich hoffe, es soll sich auch wohlfühlen.